Und jetzt pünktlich zur E-Beviertelstunde. Die Stimmung geht an! Rufen! Willkommen zurück auf meinem Kanal und heute gibt es wieder mal einen Super League Vlog zwischen dem FC Zürich und dem BSC Young Boss Bern. Auf dem Weg zum Stadion noch 45 Minuten bis das Spiel beginnt und ich bin noch gar niener. Aber wir werden schon pünktlich kommen, keine Angst. Jedenfalls, was kann ich zu diesem Spiel sagen? Auf der einen Seite haben wir E-Be, die letzte Woche einen Verloregger geserbt im Topspiel. Und E-Be hat ja gestern gewonnen und den Druck auf E-Be beibehalten. Das heisst, E-Be ist wirklich unter Zugzwang, das Spiel zu gewinnen, wenn sie die Position an der Tabellenspitze beibehalten wollen. Und auf der anderen Seite natürlich auch unser FC Zürich, der richtig schwach wieder mal spielt. Ich weiss es nicht, ich sage es nicht in jedem Log, aber es sind einfach katastrophale Resultate. In letzter Zeit konnte man sich wieder ein wenig fangen und dann hat man wieder 2-0 in Lugano verloren. Und nochmal 2-0 natürlich in der Niederlage unter der Woche gegen Winterthur im Gep. Das tut natürlich weh, aber so ist es halt. Und heute, es braucht einfach wirklich gute Leistung. Ich denke, gegen E-Be sind momentan nicht so... Ich denke, Selbstvertrauen wird nicht so gut sein wie E-Be. Darum, heute muss Zürich einfach mal Vollgas geben. Heute müssen sie einfach den Sieg heilen. Immerhin ein Unentschieden, ich denke mit einem Unentschieden. Wäre für mich eigentlich schon okay. Aber wir werden es sehen. Jedenfalls beide Teams unter Zugzwang. Es sollte ein spannendes Spiel werden. Und jetzt sollten wir mal ein wenig pressieren, dass wir endlich ins Stadion kommen. Und das sind wir. Und immer wenn man die Blöcke sieht, dann weiss man, man ist nicht mehr weit vom Letzigor entfernt. Und dort im Hintergrund sieht man es auch schon leuchten. Das Stadion Letzigor. Wir haben es geschafft. Wir sind pünktlich. Noch 15 Minuten, dann beginnt das Spiel. Und da sind wir auch schon im Stadion. Die Zeitkurve wie immer voll. Und auf der anderen Seite, die E-Be Fans sind ein wenig weniger mitgekommen, wie ich erwartet hätte. Ich hätte ein wenig mehr erwartet, um ehrlich zu sagen. Jeden Moment ist es so weit. Und es ist so weit. Die Spieler kommen draussen. Und die Zeitkurve wie immer mit ihren Hüngen. Und auf der anderen Seite entfernen wir eine kleine Messe zu verbleiben. Aufwachen, angreifen. Aufwachen, angreifen. Aufwachen, angreifen. Aufwachen, angreifen. Und aufwachen, angreifen. Aufwachen, angreifen. Und es gibt keine Ausrede für beide Teams. Spidymann hat heute den nächsten gegen mich. Und los gehts. Und los gehts. Ich bin schon im Magel, schon mit dem 1-0. Wo ist das schnell? Einfach, erster Angriff, erstes Goal von der ersten Zeit. Das hätte ich überhaupt nicht erwartet. Aber was für eine Leistung? Was für ein Schuss, was für ein Goal? In Zukunft, man hat natürlich schon die Mest-Variere. Die ersten Pürer, die man schon nutzt. Fünfter Bekommensspiel geht dem FCZ! Jetzt hat er gerade eine grosse Chance für IBA im Gegenzug. Das Spiel geht ja flottlos. Die Zukunft wird schon wieder alles am Husten, was die Pürer-Technik anbelangt. Wunderschön zum Spiel. Ein super Start zum Spiel, hoffentlich geht es weiter so. Und jetzt schon der nächste Counter vom FCZ. Das muss 2-0 sein, aber ein Setterball drüber. Was für ein Start. Super Start der Zürcher. Ich hoffe, das können sie weiter beibehalten. Aber solche Chancen muss man einfach machen. Denn genau solche werden dann bestraft. Wie es immer ist. Und schon der nächste Angriff von uns. Ein richtig gutes Spiel der Zürcher. Aber wieder ein guter Block der Berner. Zürcher wird natürlich wieder eine super Stimmung machen. Aber auch die Berner haben den Regen. Währenddessen ein Weitereggen für Zürich. Ich finde einen guten Ball. Gefährlich, aber ich kann ihn wegklären. Und schon die nächste Situation war die Freistoss für den FCZ. Gute Parade von mir, Bedioli. Ich bin wirklich beeindruckt von der Leistung der Zürcher. Die spielen besser, wie schon seit langem. Gute Parade von mir, Bedioli. Jetzt wieder einmal einbein im Angriff. Gefährlich abgelegt. Und das ist ein guter Schuss. Ganz knappe Bier am Gold. Jetzt schon wieder Zürich. Oh, das ist ein richtig gutes Spiel. Aber ich habe es vergessen. Die spielen kommen auch gerade im Angriff. Jetzt musst du es aber machen. Die spielen. Nein. Zu viel um einander. Aber Ecke. Gutes Spiel. Ecke ist am Reinkommen. Gutes Spiel. Aber die Nebens. Und Berner im Gegensult. Fährlich. Und was für eine waltende Parade vom FCZ. Star. Das ist eben genau so schnell wie es geht. Der FCZ ist am Dominieren. Und dann Eber aussen Leuten mit einer riesen Chance. Konter für die FCZ. Jetzt gute Chance. Das muss 2-0 sein. Das ist wirklich eine gute Chance. Das ist gerade Eber im Gegenangriff. Aber schwacher Schuss. Weit über das Gold. Meine ich das nur oder sind heute mega wenig Eberfans mit dabei? Kommentiert mal. Ist das ein guter Auswärtsupport oder nicht so? Ich weiss eben nicht recht. Ich hätte das Gefühl, dass Eber bringt es immer mehr auf Zürich. Aber vielleicht ist es auch nicht so. Ich weiss es nicht genau. Jedenfalls ist die Supporter trotz Rückstand ununterbrochen. Und das ist die Hauptsache. Wir sind schon sehr für den zweiten. Aber wieder vergeben. Und damit ist die erste Halbzeit auch schon vorbei. Ja gut, die erste Halbzeit vom FCZ verdient die 1-0-Führung. Sie haben so viele Chancen aber für das 2-0-Vergeben. Ich hoffe einfach, das frest sich nicht wieder in der zweiten Halbzeit. Aber momentan, man muss ja sagen, Eber ist nicht so gut. Ich weiss nicht, was los ist. Aber sie spielen einfach nicht so stark, finde ich. Sie haben aber auch gute Chancen gehabt. Das muss man auch sagen. Ja, aber ich glaube, wenn es so weitergeht, dann wird der FCZ auch ein gutes Resultat nach Hause holen können. Ja, wir werden sehen, was in der zweiten Halbzeit passiert. Es wird sicher spannend werden. Wir sehen uns in der zweiten Halbzeit. Jungs, kleinen Halbzeit-Sonderbruch. Ich wollte euch nur noch einmal Danke sagen. Schon auf über 1'300 Abonnenten auf diesem Kanal nach ein paar Monaten. Ich bin richtig stolz auf das. Danke vielmal. Trotzdem, immer noch viele Leute, die meinen Kanal schauen, haben noch nicht abonniert. Also bitte, wenn ihr mir eine riesen Freude macht, abonniert den Kanal. Es ist gratis. Und ich kann garantieren, die nächsten zwei Wochen werden richtig geil werden auf diesem Kanal. Wie ihr seht, ich bin da schon am Packen. Ich kann einfach sagen, morgen wird es losgehen. Ich werde in ein Land, das ich noch nie war. Darum bin ich umso aufgeregter. Und wenn alles gut kommt, werden etwa 5 Vlogs aus 4 Städte, aus 2 Ländern kommen. Vielleicht sogar 6 Vlogs. Ich weiss es noch nicht. Ich kann es noch nicht garantieren. Aber jedenfalls wird es richtig krass werden. Bleibt gehyped, bleibt gespannt. Und jetzt geniessen die zweite Halbzeit. Und weiter geht's. Und wir beschaffen gut aus der Pause jetzt mit einem freien Schuss. Erst ein Pass, aber dann ein schlafen Schuss. Gute Parade. Also der x-te Freischuss in diesem Spiel, das nochmal für Zürich. Was macht ihr heute? Es ist nicht gut genug. Ja, noch nicht so viele gute Aktionen in der zweiten Halbzeit. Es kann auf beide Seiten fallen, wir werden es sehen. Aber momentan denke ich, es ist erstens immer noch besser. Und jetzt, obwohl ich das sage, ich habe wieder eine gute Presse als Möglichkeit. Und die Gassel-Fans glauben immer noch daran. Ununterbrochen. Bedankt euch bei 17'200... 17'000 Zuschauer, das ist satt. Ich weiss, vor ein paar Jahren sind es etwa 7'000. Ich habe mir gesagt, das Spiel des FC Koggeben vielleicht 10'000. Im Derby vielleicht 15'000. Aber jetzt sind es immer so um die 15'000, 17'000. Und das ist einfach stark. Das merkt man seit ein paar Jahren. Es sind einfach viel mehr Zuschauer. Und das ist schön zu sehen. Nichts für die Ecke verreiben. Aber gut geklärt. Ist aber noch gefährlich. Die Flanke kommt wieder rein. Aber auch das wird gut weggekauft. Ah, das ist jetzt... Ja, ein Erste Ecke. Aber nichts. Ja, da merkt man. Iba macht jetzt wieder etwas mehr Druck. Und das könnte noch gefährlich werden. Und jetzt sind wir in der FCZ mit der Chance. Und jetzt sind wir in der reingesten Möglichkeit. Was für eine Chance. Ich hatte das jetzt aber auch eine Chance von Iba, die sie müssen bauen, wenn sie noch Punkte mitnehmen. Und jetzt pünktlich zur Überviertelstunde noch eine geile Pyroshow von der Berner. Und wir geniessen das einfach. Und dann haben wir zwei Kurven mit zwei Pyros mehr. Jetzt Türen einmal im Angriff. Keine Aufzeit. Oh, was für eine Chance. Doch Aufzeit, doch Aufzeit, ja. Eftens Zürcher schiessen das Goal. Aber jetzt greift Iba an. Holt einen guten Schuss. Und waffe eine Verrode vom Bretter. Sarkstark. Jetzt gibt es noch mal Ecke für Iba. Ecke kommt rein von Iba. Und ein super Block von dem FCB verteidigen. Sarkstark. Er hätte vielleicht ein Zeit. Ja, das wird ja nochmal eine heisse Schlussphase. Jetzt muss der FC nochmal voll alles geben, nochmal 10 Minuten durchheben. Und dann haben sie die drei Punkte von dem Dach. Und sie drücken die Berne, ganz gefährlich. Noch mal legen. Und wenn der kommt, tut weg. Schaut euch mal die Stimmung an. Super. Genießt das einfach, die Bilder. Ich bin auch mal wahrscheinlich mit dem allerletzten Angriff des Spiels. Jetzt einfach nichts mehr anbrennen lassen. Ja! Ja! Ja, das ist der erste Schuss! Was für ein Siegbereiter Zürich! Und was für ein Sieg auch für Serbe kann! Was für ein Siegbereiter Zürich! Und was für ein Siegbereiter! Ja, das ist auch schon gewesen. 1 zu 0 für die FZZ. Es hat einen wichtigen Befreiungsschlag für die Zürcher und natürlich eine bittere Niederlage für die Berner. Aber das macht natürlich auch die Liga wieder spannend. Es wird spannend werden. Ich hoffe, euch hat dieser Vlog gefallen. Es tut mir leid, wenn es heute kein grosses Intro und kein grosses Outro gegeben hat. Ich habe viel zu tun gehabt und natürlich auch einige Vorbereitungen für morgen treffen müssen. Wie ihr wisst, die grosse Reise, die kommen wird. Dort wird es auch wieder längere Videos geben. Seid gespannt darauf. Abonniert den Kanal bitte und bis zum nächsten Mal.